hallo zusammen hier ist emily von meinem account wir gehen wieder in die kampagne und in die kampfreihe 26 diesmal auch wirklich ja mein letztes video gesehen hat der weiß was ich meine schauen wir mal wie weit wir kommen dass jetzt sehe ich noch nichts was irgendwie aufregend wäre an gegnern hält sich alles noch an grenzen sehr schön kaputt da hat euch auch nichts genützt dass er so viel größer ausgesehen habt das hat meiner truppe gott sei dank so gar nichts ausgemacht schön wenn die so schnell kaputt gehen dann das macht hoffnung sehr schön sehr schön und die nummer zehn der reihe 26 wundervoll erledigt und dann geht es hier in göttlicher wald alles klar danke fürs zusehen bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss